und das geheime bonuslevel endlich mal eine pyramide perplex in der pyramide endlich mal so was überleidest bei treffern weniger schaden ich habe es nicht so langweilig easy peasy ich hasse dieses level bester level ok es geht auf und bleibt offen wir müssen den knopf drücken und links wie kommen wir denn hin keine ahnung pf kluge sind flogen wie kann der link kommen Okay, Schnuffel. Es gibt bestimmt ein Schnuffel im Sinne der Luft. Oh. Wo sind wir denn? Wir sind da drin. Au. Was heißt? Oh. Ah, warte, das ist gut. Vielleicht können wir gebrauchen. Komm ich nicht mal mit. Äh, 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 äh. Ja, ich habe kein einziges Wollknoll. Hast du schon mal versucht, die da drauf zu werfen? Wir haben ein Problem. Ach nein, wir haben kein Problem. Wir müssen das, gehen wir da weg. Ich muss da durch. Den Panzer einfach da drauf schießen. Können wir da einen anderen mitnehmen? In der Zeit. Kommt neuer. Ach, Scheißling. Okay, kommt nicht. Boah, komm rein. Okay, es muss schnell gehen. Hast du es erkannt? Ja. Okay, wir müssen drücken. Ich habe hier abgeschossen. Und am besten nicht sterben. Am besten nicht sterben. So, weil wir müssen jetzt noch mitkriegen, wie der Panzer dann ankommt. Also müssen wir jetzt zügig da her. Warum stört man denn sofort? Weil da Stacheln sind. Okay. Hä? Nun darfst du nicht ab den Stacheln laufen. Ja, ne, das weiß ich. Okay. Aber warum muss man mitkriegen, wenn der ankommt? Damit der nicht zurückgeflogen kommt, sondern da oben rüber geht. Das gibt's mir schon. Wieso halte der das nämlich irgendwie ab? Wir müssen den Leben mit sogar noch fangen, glaube ich. Das bringe ich jetzt vor. Ach, super. Das war auch schon nicht mehr da. Das ist irgendwie aus Bildsprung. Okay. Aber der musste dann in der Zeit auch noch da drüber. Und dann durfte du nicht vor, wo auf die Stacheln kommt. So. Das sieht auch wieder spannender aus. Also da muss was hin. Jetzt wird doch wieder irgendwie sowas. Weil da kommen wir wieder nicht hin. Aber da unten ist zumindest ein Wolkener. Oh! Geschickt! Obergeschickt! Ja, ich weiß nicht so genau, ob ich sie brauche. Ich gucke mal, ob sie so noch kommt. Dann scheint sie zu brauchen. Und da unten kommt eine Blume. Ach ne, die kommt ja auch jetzt hin. Das aktiviert ist wahrscheinlich. Was ist denn da für ein weiter Weg? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein! Wir müssen den mitnehmen! Maßen zurück! Wer muss mit? Hm, ich weiß nicht so was. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe geguckt, was du da machst. So, jetzt kommt der hier hoch. Und dann müssen wir ihn weiter schieben. Okay, er ist drüben. Okay, jetzt tut er sich selbst. Wo kommen wir denn jetzt damit hin? Und dann? Hat er es mitgedrückt? Nee, aber 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 aber... Und dann? Hä? Hä? Solche sind nicht verstanden, ne? Bis hier ist klar, aber dann springt er hoch und tötet sich. Was? Mach's den gut hier. Ich habe die ganze Zeit den Knopf gedrückt gehalten! Oh, ich habe die ganze Zeit den Knopf gedrückt. Ich bin hier auch weg. Okay, jetzt gehe ich auch wieder da. Ja. Versteh's nicht. Versteh's nicht. Ach, bestimmt muss man... muss man auch nicht weggehen? Dann hört's halt, ob jetzt hier vielleicht von unten da was kommt. Gab's am Anfang irgendwie so'n Panzer, den man mitnehmen kann? Sicher? Eigentlich ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn ihr dann hier alle zu macht, das hilft ja auch nicht. Wofür ist dann der Knopf? Kannst du mir schieben, wenn ihr so liegt? Nein, das ist natürlich klar. Was ist da, wird sich das abgeholt. Schieben wir nachschütteln. Ich bin ein bisschen flotter. Ah. Aber ich bin nicht verknuckt. Ja gut, aber so könnte man ihn doch da hinten durchschießen, oder? Ja. Bisschen da drüber rollt, wenn's den hinterher noch gibt. So, dann rollt der. Ich ruf mir das aber jetzt mal ab. Dann rollt der da weiter. Dann hüpft dann da hoffentlich hoch. Oh Gott, mal gucken was er macht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, der muss schon da bis ganz hinten rollen. Was ist denn da? Was ist denn da? Na gut, der wird ja umgekommen. Oh mein Gott, den neben mir vorkommen. Wir haben jetzt nicht was. Gut, dass es da anscheinend unendlich funkt gibt. Ja, ich geh geh! Ich geh geh! Ich geh! Ich geh! So, jetzt hüpft er dann hier hoch, dann kommt er dann hier, schieße ich den dann ab und dann da hoch, der muss dann irgendwie da rein. In der Zeit, wo das noch aktiviert ist. Ja, schüppst ihn mal rein. Hüpft, hüpft der Arsch. Wunderbar! Juhu! Oh! Nimm mich! Da! Nimm mich mit! So! Boah! Da ist der Drexer drauf! Was? Der ist eingenäht! Achso! Ja! Als Flicken! Kann ja nur besser werden! Ich weiß nicht! So! Malwurf! 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 Schon mal echt viele Malwurf? Ja! Kannst du ihn jetzt mal essen? Nein, nimm ruhig! Verrück' ihn die ganze Zeit! Okay, wir müssen ihn womöglich lebend mitnehmen! Malwurf! Malwurf! Du darfst ihn nicht töten. Ich darf nichts sagen. Du musst auf ihn aufpassen. Du darfst ihn nicht töten. Ich habe nichts gemacht. Ich glaube, du darfst ihn drauf springen. Du hast ihn in den Tod gelockt. Ja, und was hast du gemacht? Du hast das gleiche. Du darfst ihn nicht töten. Ich habe nichts gemacht. Ich wollte den drüber springen. Diese klappt. Jetzt hast du den fast getötet. Nein, jetzt doch nicht. Jetzt ist es zu spät. Hol, hol, hol. Da ist ein... Okay. Am besten nehme ich dich mit. Okay. Das Schwierige ist, dass der zwischendurch hin und her springt. Auch wen der jetzt hört. Oder zu wem der hinrennt. Und zu wem nicht. Ah. So war geschickt. Du darfst ihn nicht so gut machen. Du darfst ihn nicht töten. Du musst auf ihn aufpassen. Okay. Okay, tot. Was ist denn das für ein bescheuertes Hamster? Oh Mann! Ich glaube, ich war das gerade eben nicht die ganze Zeit schuld. Wie läuft das? Genau, ja, ja, doch. Neiinn! Kommt denn da noch alles ey, seid ihr bescheuert? Wer soll denn das machen? Ach, da gibt's einen noch. Ne, ist das so. Das ist doof, komm hier hoch. Der Farbe war knapp. Ja, es war alles getimed. Neeeein! Was ist eingefallen? Ne, geh runter, geh runter! Hm, das war auch nicht so gut. Mann, du bist einfach zu langsam. Und doof auch noch! Boah je! Ah, stirb. Das ist ein doofer. Und der? Ja, der könnte es noch knapp schaffen. Nein. Ja, dort ist der Held. Ah! Auf dem Glätten, der da hing? Auf dem schmalen Ding ist das voll schwer. Ah nein, das geht zu früh. Meinst du? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nicht ganz knapp. Ja, ja. Ich guck dich gleich aus. Dann kannst du das mal an. Ja. Nein,st du? Ich weiss die Haltwürfe! Aber nur die aus Stoff. In den ersten Sinn okay. Und drauf. Und nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Komm hier bitte ruf. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Hier warten. Puh. Kann ich jetzt einmal speichern? Ja. Klick. So. Oh Gott. Wenn du so weit. Oh du Otto. Okay. Jetzt mal wieder rauf. Ja ist klar. Ich habe ja die Zeit. Ich gehe gleich den Weg nochmal. Du musst das Alarm. Komm mit. Komm mit du. Nicht schnell. Und jetzt? Jetzt hier rüber. Und dann ist er da unten drin. Und dann kann er den Knopf drücken. Und dann. Ja Wahnsinn. Puh. Okay. Nein. Nein. Ich sterbe. Wir müssen den ganzen Weg normal gehen. Warum geh mal da nicht mit? Ja. Wie? Dann hol mich. Ich nehme mich mit. Nein. Jetzt bin ich hoch. Schlammern können ja. Vielleicht. Das ist. Ich bin auf die Zunge hin. Hücchen. Ja. Jetzt können wir nochmal gucken, ob es hier oben irgendwo Geheimnisse gibt. Der Flüssel ist jetzt bei dir. Ich sag nicht, mach deinen Scheiß. Jetzt muss ich doch da raus. Ja. Okay, und da war ja schon Wolfgang. Na gut, lief ja. Guck mal, da ist er auch so als aufnäher. Warte, ich hab ihn noch. Wollte einen mitnehmen. Später. Warte, Erinnerung. Boah. Was denn? Wollte einen mitnehmen. Kann der schwiegen? Wollte, da ging irgendwas mit. Ich vermute mal, die muss man tweaken. Wie es weiter geht hier. Tada. Feuer. Und Deckel drauf. So, da der Pfeil nach rechts sagt, gehen wir erstmal nach links. Komm mit! Dann bremst du den auf einmal. Wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben alles. Jippa, da war du. Und ich habe die Bedürfnisse. Nur weil du noch einen Gehalte hast. Sonst hätte ich die gehabt. Man muss dann halt mal, wenn du mich getötet hast. Wie? Ich hab dich getötet? Ich war schon vorgesprungen. Willst du mich verarschen? Ich hätte im Flug alle mitgenommen. Ah ja. Ja. Ich wäre gar nicht mehr gelandet. Perfekt. Ich bin durchgeflogen. Bis nach Hause. Perplex in der Pyramide. Meine Güte. So, was gibt das eigentlich schon?